In Folge einfahren, im Finale wartet mit Serbien und Superstar Nikola Jokic, ein harter Knöchel, verletzt. Die Sermen weiß mit einem Blitzstart an die AMBP. Jokic zeigt sein ganzes Repertoire, vernascht mal Blitzauber, von draußen trifft er halt auch hochprozentig. Jokic schon weiter, diese Eleganz vom Big Man ist schon beeindruckend. Jetzt Vobo gegen ihn, auch ohne Chance. Jokic nach dem ersten Viertel bei elf Punkten, bei fünf von fünf aus dem, ist in der Folge ausgeglichener. Serbien aber einfach mit unglaublicher individueller Qualität. Die beiden Stars zu kurz, Offensiv-Rebound von Wagner zu kurz, Offensiv-Rebound und dann stark von Thiemann für Vogtmann. Die DBB-Auswahl verkürzt tatsächlich nochmal auf minus sieben, die EM-Teilnahme noch auf der Kippe. Die zweite Halbzeit mit sieben Meilenstiefeln und obendrauf noch das Foul von Kratzer. Jokic am Ende Topscorer mit 22 Punkten. Turnover für den Berliner und der Schlusspunkt, der gehört, Svanja Marinkovic gewinnt Serbien zum zweiten Mal nach 2017 den Basketball-Supercup für die deutsche Mannschaft.